Es hat damit angefangen, dass wir uns erlaubt haben, ein etwas besseres Automobil zu bauen. Das hat uns gezwungen, auch einen etwas besseren Kundendienst zu haben. Und die etwas besseren Monteure und Meister. Unser Problem ist jetzt, dass immer mehr Leute dieses etwas bessere Automobil kaufen wollen. Aus Freude am Fahren.